Konzentration auf das Nabelzentrum führt zum Verständnis von Aufbau, Struktur und Bedürfnisse des Körpers. So sagt es Patanjali im dritten Kapitel des Yoga Sutra. Nabelzentrum ist ein Energiezentrum um dem Nabel herum. Auf Sanskrit heißt das Nabelzentrum Nabhi Chakra. Es korreliert übrigens mit dem Sonnenzentrum und es korreliert mit der Mitte des Körpers und eben auch mit dem Manipura Chakra. Wenn du ein gesundes Leben führen willst und nicht ständig dich aus dem Intellekt dazu zwingen willst, sondern auch gesunde Bedürfnisse haben willst, dann konzentriere dich immer wieder auf dein Nabelzentrum hier. Spüre den Bereich um den Nabel. Du kannst auch dort kreisförmige Bewegungen um den Nabel machen. Du kannst tief ein- und ausatmen oder auch mit einer Yoga-Übung wie Agnisara diese Region aktivieren. Wenn du wissen willst, was deine Familienmitglieder vielleicht besonders brauchen, kannst du auch mit deinem Bewusstsein sich auf ihren Nabel Chakra konzentrieren. Wenn du also Mutter bist mit einem, zwei oder mehr Kindern, dann konzentriere dich, zum Beispiel bevor du einkaufst und bevor du kochst, auf das Nabelzentrum. Stell dir vor, du richtest deine Aufmerksamkeit auf dieses Nabelzentrum derjenigen, für die du einkaufst, für die du kochst. Oder auch wenn du eine Wohnung einrichtest und so weiter, ist es gut, erst mal auf das Nabelzentrum zu konzentrieren. Bist du Krankenschwärter, Heilpraktiker, Physiotherapeutin, Ärztin, dann ist es auch gut, deine Klienten oder Patienten zu erspüren mit deiner Achtsamkeit mindestens ein paar Sekunden auf das Nabelzentrum gerichtet und dann hast du eine größere Intuition, was diese Menschen brauchen. Mehr Informationen über Nabelzentrum findest du auf yoga-vidya.de. Dort kannst du eingeben zum Beispiel Nabel Chakra oder auch Manipura Chakra und du erfährst sehr viel mehr über dieses wichtige Energiezentrum und wie du es aktivieren und harmonisieren kannst und welche Wirkungen sonst noch die Konzentration auf Nabelzentrum hat.